In diesem kurzen Videotutorial zeige ich dir, wie du einen eigenen Film auf YouTube hochladen und veröffentlichen kannst und was du dabei beachten solltest. Pro Minute werden auf YouTube momentan etwa 500 Stunden Filmmaterial hochgeladen. Das meiste davon ist natürlich Schrott und auch mein Beispiel ist also nicht gerade ein Highlight, aber es ist ja auch nur ein Beispiel, das ich anschließend wieder löschen werde. Ja, ich bin angemeldet. Du siehst es an meinem Profilbild da oben rechts. Das ist die Voraussetzung, um etwas auf YouTube laden zu können. Und ich tippe hier oben rechts auf Hochladen und kann sogleich meinen Film, den ich auf dem Schreibtisch abgelegt habe, in diesen Upload-Bereich hineinziehen. Und sogleich wird der Film hochgeladen. Ich kann da den Titel noch ergänzen, eine Beschreibung machen. Und allenfalls noch ein paar Stichworte. Wenn du ein Komma schreibst, wird sofort ein Schlagwort daraus. Dann ist es eigentlich schon fast bereit. Der Film ist im Moment noch nicht veröffentlicht. Ich muss noch ein paar Einstellungen vornehmen. Ich könnte den jetzt für alle Leute der Welt veröffentlichen. Das ist mir ein bisschen peinlich bei diesem Beispiel. Deshalb wähle ich lieber nicht gelistet. Das heißt, dieser Film wird über die YouTube-Suche nicht gefunden, sondern nur diejenigen, die den Link dazu kennen, die werden ihn anschauen können. Eine weitere Möglichkeit wäre privat. Dann ist er nur für mich, quasi für meine privaten Vorführungen verfügbar. Dann bei erweiterte Einstellungen. Da kannst du noch diverse weitere Einstellungen, die diesen Film betreffen, vornehmen. Zum Beispiel kannst du deaktivieren, dass andere Besucher deinen Film kommentieren können. Für mich ist wichtig, und das mache ich meist, dass dieser Film auch weiterverwendet werden darf. Deshalb wähle ich hier normalerweise die Creative Commons Lizenz. Bei der Standard YouTube Lizenz sind die Rechte ganz bei dir und niemand darf deinen Film weiter bearbeiten. Du könntest die Sprache noch auswählen, damit jemand, der nach deutschsprachigen Filmen sucht, auch hier fündig würde. Die Kategorie macht natürlich Sinn. Bildung in diesem Fall. Das meiste ist eigentlich selbsterklärend. Da kannst du dich selber einmal ein bisschen informieren. Und wenn ich jetzt auf Fertig tippe, so ist der Film bereit. Und ich könnte diesen Link gleich weitergeben. Ich könnte ihn auf verschiedenen sozialen Medien veröffentlichen. Oder diesen Link per Mail versenden. Oder wenn du eine eigene Webseite hast, dann brauchst du manchmal diesen Einbettungslink mit mehr Anzeigen. Kannst du hier noch die Größe anpassen. Ich brauche für meinen Blog eine spezielle Größe, nämlich eine Breite von 540 Pixeln. Und die Höhe wird ja automatisch berechnet. Übrigens unter jedem YouTube-Clip findest du genau diese Teilungsoptionen. Diesen Code, den kopiere ich nun. Und mein Blog ist schon bereit. Ein neuer Beitrag ist eröffnet. Und wenn ich da auf die Code-Funktion gehe, wo ich eben normalerweise HTML-Code reinschreibe, kann ich diesen Code wieder einsetzen. Und wenn ich auf die Vorschau gehe, siehst du, ist dieser Film bereits in meinem Blog eingebettet. Um dir Ärger durch diese Veröffentlichung zu ersparen, musst du unbedingt darauf achten, dass du die Urheberrechte nicht verletzt, dass du also beispielsweise die Rechte für die Verwendung des Soundtracks hast. Ebenso musst du unbedingt die Einwilligung aller dargestellten Personen in deinem Film einholen.